Mamma mia, von der also waren Säure, Säurescheinerdach. Der Sonn scheint so von der 25 Grad Celsius heute zu sein. Säureschein und jetzt Säureschauf, so von der wollen wir das lieben Eten werden. Und von der wollen wir merken, was sich genannt, Armadillo-Eggs. Das sind, äh, wo ist der Armadillo? Oder ob die schwördeten Gürtelschwin eher. Denn die möchten vielleicht leben, weil Armadillo ist der Leid nicht eher. Das weiß ich, da werden wir aber das selbst merken. Aber ich hab mit dem Spargelbrot und den Spargelbrot gebacken und den Spargelbrot reich ist. Da sind dann meistens so ein Armadillo. Das heißt, wir sagen Armadillo oder Gürtelschwin. Das sind die Wiesen, wo wir die merken. Da kann ich nach Kämmern ja gemerkt, ob er sieht, wie sehr eine Chance schmecken. So, wir wollen sehen, wo da war die Gürtelschwin. Einmal haben, in die Wälder aufhauen. Okay, das erste, was ich gerade getan habe, ist, äh, mit, äh, 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 Barbecue-Sauce, äh, merken. Die kann ich dort am Stuhl kaufen. Äh, sonst geht das laufen. Oder eigentlich kann ich das selbst merken. Und von der, weil ich das selbst merken, mir, da ist es mir scheinbar, was selbst merken. Ich denke, das ist immer alles scheinbar. Das schmeckt, da ist es mir klar, dass es scheinbar, vielleicht noch scheinbar. So, wir wollen wissen, wo wir da tun, wo wir die Mäntgen brauchen. Und, äh, na, fahr, fähr, wach. Okay, für das selbst gemärkte Barbecue-Sauce, for the homemade Barbecue-Sauce, guess what we were in Brocken. Hier haben eine 1,5 Köffel Ketchup, 1 1⁄2 cup Ketchup. Und hier haben drei Viertel Köffel Brüner Socker, 3 1⁄4 cup brown sugar. Hier haben eine 1 Drittel Köffel Äpfel 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 Äpfel. Hier haben wir drei Viertel Äpfel 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 Ä und hier habe eine infelte T increasingly Paprika 1.5 T 3 1⁄4 Tsp. Black pepper. Nun werden wir alle auf der Taubieren und jetzt werden wir auf der Kerk bringen, und dann werden wir alle auf der Taubieren zum 15-20 Minuten. Jetzt werden wir es alle auf der Taubieren zum 50-20 Minuten. Wir werden es auf der Taubieren. Turnen die Heizung an und dann werden wir auf der Taubieren zum 15-20 Minuten. Okay, jetzt werden wir alle auf der Taubieren in eine Gruppe genommen. Die Taubieren sind auch auf der Taubieren und die Zofan von der Taubieren. Nun wird es auf den Karten bringen und dann für 20 Minuten über eine halbe Stunde simmern lassen. Mix it all together, bring it to a boil and let it simmer for 20 minutes to half an hour. Okay, jetzt haben wir alle Töpchen gemixt, jetzt wird es auf den Karten bringen und dann für eine halbe Stunde über eine halbe Stunde auf den Karten bringen. So, jetzt schauen wir mal die Barbecue Sauce auf den Karten. Jetzt wird es auf den Karten bringen und dann wird es auf den Karten bringen. Wir haben die Barbecue Sauce auf den Karten bringen und dann wird es auf den Karten bringen und dann wird es auf den Karten bringen. Für 20 Minuten oder vielleicht sogar eine halbe Stunde. Das waren wir nun von oben für 20 Minuten, aber eine halbe Stunde auf den Karten bringen. Die waren die, die hatten wir auf den Karten bringen und dann wird es auf den Karten bringen. Jetzt haben wir die Barbecue Sauce und die Gläser Band, haben wir alle Karten gemacht. Und jetzt haben wir das erste Teeth Ride. Wir haben es in den Karten, jetzt ist es in den Karten. Und wir haben es in den Karten, wenn wir es in den Karten bringen. Vielen Dank. Okay, das war die Wiese, was wir jetzt haben. Hier haben wir die Italian Sausage. Das sind Schwein Sausage, Pork Sausage. Das sind die, die wird nicht spicy sein. Die sind nicht so brennrig. Und das sind Hot & Spicy Italian Sausage. Das ist nur spicy. Die brennen ein bisschen. Und hier haben wir Cream Cheese. Das ist Crema de Queso. Schmol Chais. Da braucht ihr ein Schmol Tempere oder Cake zu backen. Und hier haben wir Chais. Baten Chais. Den wollen wir fein rieben. Und hier haben wir Ham oder Schinkenfleisch. Da braucht ihr nicht mehr, aber wir waren von dir. Und hier haben wir Grand Beef. Gemoldet Rindfleisch. Wir waren von dir merken. Und hier haben wir Bacon oder Spak. Davor haben wir auch gebrochen. Und hier haben wir dann unsere Jalapenos. Die werden aber noch gebrochen. Die werden vollstaubt. Wir werden diese vollstaubt. Und hier haben wir noch. Schesnick Pulver. Garlic Powder. Und hier haben wir Paprikapulver. Die werden auch noch gebrochen. So, jetzt werden wir die nächste Reite kriegen. Und nach wo hinweisen. Okay. Das nächste was wir dann. Ist wo die Jalapenos alle Stengel aufschneiden. Und dann mit einem Buttermassen durch die Bären. Der Rahmen, wie das geschehen kann. Und da wo das so dicht und alles dritschnitten. Damit die vom Bären Schmuck rein sind. Und da haben wir die Reitmärken. Dem Bäschen reichen. So, ich zeig dir mal. Das Reisab verlangt das nicht. Aber, auch gleich dort. Wir wollen die Paprikapulver schauen. Wir machen alle ein klein bisschen Geräuschen. So, dass die so schmuck schwarz sind. Dann haben die ein bisschen fein Geschmack. Wir wollen die so viel Geschmack bebringen. Wir haben die alle ein klein bisschen eingesüttelt. Mit Olive Oil. Das wird ein bisschen schmutzig sein. Und dann brauchen die viel besser. So. 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 viel Sackleufe mit Peper und Schasnickpulver, damit wir die Peperschauten vollstärken. Okay, was ich dann getan habe, habe ich das Eigerierige Kais in der Luschnähe und in einer Art ein Klempitz aufschnitten. Dann kann ich das ein fein Nährendrecken in die Peperschauten nehmen, da bin ich lang klar mit einem Lepel oder einem Masse, damit der Prävenente stappen. Das schafft sehr, sehr fein. Aber was wir dann tun, ist dann nehmen wir die Walshges, die Sausages, dann schallen wir die auf. Wir pülen die Sausages und dann sind zwei Seiten, eine Spice und eine der nächsten Spice. Okay, dann essen wir die Jalapenos-Eneroll und Fleisch. Einige Däck ohne sind Schenkefleisch und die Däckchen, die Däckchen, die Däckchen unten dort. Merkt, wie ich mit so einem Klopps, ein Plotter Klopps, zwischen so einem Plastik schafft das Seierfein, das gesäuhen kann. Wo wir alle Fein erhalten und das Seiermärkner darunter am Fein dicht ist, dann bleibt die Kaisen alles damit besser werden und verschmeltert nicht so leicht. Jetzt werden wir alles mit Fleisch bereuen und dann werden wir mit Spice bereuen. Okay, dann werde ich jetzt mit dem Spice bereuen. Jetzt werden wir alle mit Spice reuen, Rappen in Becken, dass ich sagen kann, ich flieh mir das Spice auf dem Brat aus. Und dann ist das viel einfacher, dann proben wir den Laden herunterdrehen. Und dann haben wir die Themenpüle aus, dass wir ein bisschen voll Spice reuen. Nur hier muss ich nicht vergessen, den da rauszunehmen, weil ich will es essen. Aber solange der Becken begann, der Spice reich zu werden, dann wird es offen geblieben. Ich habe den Spice reuen, aber ich kann das einmal wissen. Ich habe den Spice reuen, dann haben wir die kleine Säe dünnablauen, die Ehrung. Mit dem püle ich den Spice reuen, damit wir ein bisschen Fuss sparen. Und nachher bereit haben wir vier machen. Ich werde das Seierschein schmecken. Okay, das ist ein Schaen, wir haben die Ola Ehrung. Wir haben drei Dutzende von den Spice Sausages. Das sind die andere Hot Italian Sausages, die nicht Spice haben. Und das habe ich dann gemoldet Fleisch gemerkt. Und das Ham, das Schenkenfleisch, habe ich nicht gewasen. Das habe ich eigentlich auch Ehrung gemacht. Und das ist ein Schaen. Und das ist ein Schaen. Die vier haben eine Seed. Und die Armadilla Ehr, die haben andere Seed. So, jetzt werden sie hier eine kleine, zwei Backen betreffen, hier bauen. Weil die fein krispy, reich sind. Der Päken, der schmeckt, der will sehr fein reich haben. Seht ihr bei Seierschmack. Richtig schön. Okay, jetzt haben wir die Temperatur hier von euch für 380 Grad. Wir wollen dann mit drauf bringen. Das war 225 bis 300 Grad. Und dann werden wir eine Stunde erst backen in Regeln. Und dann, die fängt unser Schmack zu lohnen. Wir haben die schon eine Stunde erst so gebacken. Wir wollen die dann nicht einmal abdrehen. Und dann, äh, und dann werden wir die, äh, bepernseln mit uns, äh, äh, selbst gemerktet, äh, Barbecue Sauce. Ihr könnt das sehen. Wo wir die aller Schmack bepernseln. Und dann werden die, äh, die Herte lassen ein bisschen abdrehen. Äh, das Spark essen alle fein reich, fein krispy. Aber, und dann werden die noch einmal mitge, die Herte nur noch abdrehen, und dann, äh, und dann, äh, wie wir das drauf sagen. Oder, wie wir das heute sagen. Dort, äh, dort, äh, dort sausten, und dann werden die, reizend, ähm, umgesäten. Da direkt eine, wie wir das schäuen, wenn dort, wie das halbste Schmacken aus, aus der Recken der da, wo das, sauer schäuen schmacken. Ich glaube mir, wie hat das die gelackt. Und so, wie ihr schon seht, das sind nicht für jeden die Thempüll, das ist die Allmitte Pülle. Und, äh, Jetzt habe ich alles bepanzelt mit uns Homemade Barbecue Sauce, wir bruschen mit unsere Homemade Barbecue Sauce, und wir haben hier mit drauf gesagt, High Heat, wir haben den Kleebesschen für 10-15 Minuten, bis er nur abhärten, dass das Sparke fähnreich ist, und da wollen wir essen. Wir bräuchten die Temperatur ab, so dass die Bacon wird schön und krispy, für die letzten 5-10 Minuten, nachdem wir sie mit Barbecue Sauce bräuchten, und dann werden wir essen. Ist das Schmuck oder ist das Schmuck? Wow! Das ist unser Armadillo-Eier, Gürtelschwin-Eier, das habe ich selbst gemerkt. Jetzt werden wir essen. Oh, das sieht doch aus der Schmuck. Jetzt werden wir mal checken. Oh! Checkt die Moldeert. Jetzt werden wir hier mal einen abschneiden. Erste wird bedauern, soll ich. Temtuller större ut. Und da werden wir dem mal abschneiden. Mal sehen, wo das insettet von Bern. Ich kenne mal. Checkt die Moldeert. Der Kais. Wow! Jetzt werden wir hier mal schmacken. Ich wollte euch das mal von Dich bewiesen. Wir haben hier Sausage und gemoldet Fleisch. Ich kenne mal. Wow! Ich kenne gleich das Wort. Seier schön schmacken. Na ja. Dann werden wir hier mal schmacken. Das kann ich immer sein, weil wir dankbar sind. Weil Gott so gnädig ist. Wir haben uns wieder gesehen. Und ich bin dankbar für Jüt-Ola. Und dankbar für so ein schöner Dach von der Warte. Und immer haben wir hier mal schmacken. Mh. Geht mit Echocken. Schmacken. 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 Mh. 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 Ich kenne die Mähne rück. Wow! Ech, das wird mit Spargähge raut. Schmacken. Mh. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.